2. Buch Mose, Kapitel 23 sind wir. Gott schließt seinen Bund mit dem Volk Israel am Sinai. Er ist dem Volk Israel erschienen und hat zu ihnen die zehn Worte gesprochen. Die Offenbarung seines Wesens, seines Charakters und seines Willens, der darin besteht, dass Gott Liebe ist. Und Gott möchte, dass wir erfüllt sind von ihm, von seiner Liebe. Dass seine Liebe in uns ein Echo auslöst, nämlich dass wir ihn lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all unserer Kraft und unseren Nächsten wie uns selbst. Und das ist das, was er Israel offenbart am Sinai. Das ist eigentlich schon sehr, sehr viel von dem, was das Evangelium uns dann auch lehrt. Es ist eben kein Gegensatz, hier das Gesetz, da das Evangelium, sondern das Gesetz Gottes, was Gott seinem Volk Israel gegeben hat, offenbart den Charakter Gottes, das Wesen Gottes und den Willen Gottes für uns Menschen. Und so sind dann auch die ganzen Rechtsvorschriften, die jetzt kommen oder die, die wir jetzt, in denen wir jetzt schon länger lesen, zu verstehen. Sie entfalten das, die zehn Worte, die Gott gegeben hat. Gott erläutert das und gibt für das Zusammenleben der Israeliten einzelne Rechtsvorschriften, die besonders sich dadurch auszeichnen, dass sie Schutzrechte sind. Insbesondere für die Schwachen, für die Armen, für die Abhängigen, die, die sonst in der Gesellschaft nichts zu sagen haben, die wenig eigene Kraft haben, eigene Power. Gott schaut besonders auf sie und stellt klar in seinem Gesetz, in seinen Rechtsvorschriften, gerade diese Menschen musst du besonders schützen, auf die musst du besonders achten. Und es sind eben, wie gesagt, auch Schutzrechte des Einzelnen. Gott hat jeden einzelnen Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen. Mit einer Würde. Und das ist das, was letztendlich in unserem Grundgesetz, wenn wir die Menschenrechte in unserem Grundgesetz betrachten, dann hat das seinen Ursprung darin, was Gott hier dem Volk Israel eigentlich nahe bringt. Die Würde des einzelnen Menschen ist unantastbar. Und sogar, wie wir gesehen haben, derjenigen, die sich versündigen, auch sie stehen unter dem Schutz, wenn zum Beispiel gesagt wird, wie mit Dieben umzugehen ist und wenn sie einfach so bei helllichtem Tag ihren Diebstahl ausführen und dann von dem, den sie bestehlen, umgebracht werden, dass das in Gottes Augen nicht geht. Dass das ein Kapitalverbrechen ist. Auch das Leben des Diebes ist sozusagen schutzwürdig. Und ja, insgesamt zeigt sich einfach, dass Gott hier diese Rechtsvorschriften gibt, weil er kennt unser Herz. Er weiß, dass wir böse sind, von Jugend auf, wie er nach der Flut sagt. Und dass wir zu allem Bösen fähig sind. Und deswegen finden wir auch so krasse Geschichten hier in diesen Rechtsvorschriften, wo du denkst, es ist der Wahnsinn, warum muss Gott hier Gesetze machen? Aber ja, es ist so. Wir haben gerade, Lydia im Büro befasst sich gerade mit einem Buch, wo es um die sichere Gemeinde geht. Und da geht es um solche Themen wie, schütze ich die Schwachen in der Gemeinde vor Bösem? Und da mag man gar nicht, Lydia hat gesagt, wenn ich das dann lese, das mag ich mir gar nicht vorstellen. Es ist schlimm, sich damit zu befassen. Und ja, wir glauben, wir glauben und hoffen, dass wir, die Kinder Gottes, anders sind, als die bösen Menschen da draußen. Aber es ist leider nicht immer so. Und deswegen ist es durchaus richtig und wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und darüber nachzudenken, okay, wie können wir die Schwachen schützen? Und so hat es Gott eben auch gemacht hier in seinem Volk Israel. Er kennt sein Volk, er weiß, das sind nicht die frommen Lämmer, das sind ganz normale Menschen. Und so finden wir all diese Regelungen, die wir hier gelesen haben. Und hier in Kapitel 23, wir waren letztes Mal bis Vers 9 gekommen, da geht es ja auch zum Beispiel wieder um eine Gruppe von Schwachen in der Gesellschaft, die Fremden. Und wenn wir über Fremde reden, wir müssen echt vorsichtig sein. Es gibt manche unter uns, die hier sitzen, die das kennen, fremd zu sein. In einem fremden Land. In einem Land, wo eine andere Sprache gesprochen wird, als die Sprache meines Herzens. wo die Menschen eine andere Kultur haben und Kultur pflegen, eine andere Form des Miteinanders. Wo man so viele Gesetze und Regeln nicht richtig kennt, weil sie in dem Ursprungsland doch anders sind. Ja, aber wenn man auch gerade, wenn man noch nicht lange in diesem Land ist, in der Fremde ist, ja, dann fehlt einem die Beziehungen, die Kontakte, die Familie, die Freunde. Man ist so sehr angewiesen auf Hilfe, auf Hilfestellung, Hilfestellung. Man ist so angewiesen darauf, dass man Hilfe bekommt. Aber oft geschieht genau das Gegenteil. Menschen empfinden den Fremden als eine Bedrohung, weil er anders ist und er verändert unser Leben und deswegen müssen wir ihn klein halten. Ja, wir dulden ihn, wenn er sich aber richtig anpasst und das muss er auch von sich aus tun. Und wenn er das nicht von sich aus tut und wenn er sich nicht anpasst, dann schmeißen wir ihn raus. Das ist mit Bedrücken gemeint, mit Bedrängen gemeint. Die Schwäche, die Position der Schwäche auszunutzen oder wie es in unserem Land viel getan wird mit Fremden, ist sie für einen Euro hart schuften lassen für eine Stunde. Sie in irgendwelche Baracken unterzubringen und sie dann wie Sklaven im Grunde zu halten. Das Bedrängen und Bedrücken. Das sagt Gott zu seinem Volk, macht es nicht. Das entspricht nicht meinem Wesen, nicht meinem Charakter. Der Mensch ist nach dem Ebenbild Gottes geschaffen, auch der Fremde. Auch ihm gebührt Respekt, Ehre, Achtung und besonderer Schutz. Und er erinnert daran, hey, du bist doch selber Fremder gewesen. Und das ist es. Gott erteilt seinem Volk eine Lehrstunde in Sachen Empathie. Fühl dich hinein in den anderen, auch wenn es dir noch so schwer fällt. Auch wenn du, natürlich, ich kann mich nicht hineinversetzen in meine Geschwister, die hier in der Fremde leben. Ich bin in Deutschland geboren, aufgewachsen. Klar, ich komme auch nicht aus Hannover, wenn ich dann Gespräche führe, sage ich das dann immer, ich bin auch ein Zugezogener. Und ich kenne das, auch wenn man mal so ein komisches Wort ausspricht, was weiß ich, fällt jetzt keins ein. Was? Ja, wenn man mal schnackt, was? Klönschnack halten und so weiter. Dass ich dann vielleicht mal von dem einen oder anderen komisch angeguckt werde, wenn ich irgendwie so ein komisches Wort sage. Aber das ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was jemand erlebt, wenn er wirklich in der Fremde ist. Aber trotzdem, diesen Weg zu suchen und wisst ihr, was das beste Mittel dafür ist? Also für mich ist es so, dass für mich hat sich das gezeigt. Das beste Mittel, mich in den Fremden hineinzuversetzen, ist, auf ihn zuzugehen, mit ihm Gemeinschaft zu verbringen, ihm zuzuhören, seine Geschichte kennenzulernen, seine Sichtweise des Lebens hier kennenzulernen, seine Nöte, seine Probleme kennenzulernen. Das ist der beste Weg, sich in den Fremden hineinzuversetzen. Und das will Gott. Gott will, dass du dich in den Fremden hineinversetzt und nicht, dass du den Fremden verachtest, auf ihn herab schaust, dass er für dich der letzte Dreck ist. Und das gilt auch noch genauso für uns, als die Kinder Gottes, die wir Jesus nachfolgen. Jesus lehrt uns das selber. Da, wo du den Fremden aufgenommen hast in dein Haus, da hast du mich aufgenommen. Wir gehen weiter in Vers 10 und jetzt geht es um, erstmal um das Land. Wir werden aber sehen, dass es hier inhaltlich auf jeden Fall auch weiter sich um das ganze Thema dreht, dass der Schutzbedürftige gesegnet sein soll. Und hier wird gesagt, sechs Jahre sollst du dein Land besäen und seinen Ertrag einsammeln. Aber im siebten sollst du es brach liegen lassen und nicht bestellen, damit die Armen deines Volkes davon essen. Und was sie übrig lassen, mögen die Tiere des Feldes fressen. Ebenso sollst du es mit deinem Weinberg und mit deinem Ölbaum Garten halten. Sechs Tage sollst du deine Arbeit verrichten, aber am siebten Tag sollst du ruhen, damit dein Rind und dein Esel ausruhen und der Sohn deiner Magd und der Fremde Atem schöpfen. Habt Acht auf euch in allem, was ich euch gesagt habe. Den Namen anderer Götter aber dürft ihr nicht bekennen, er soll in deinem Mund nicht gehört werden. Guck mal, es zielt jetzt hier auf das Sabbatgebot hin, was nochmal wiederholt wird an dieser Stelle. Und das Sabbatgebot wird in den Versen 10 und 11 übertragen auf eine Jahresfrist. Sieben Jahre. Das hatten wir schon in Kapitel 21. Auch da wird von sieben Jahren gesprochen, nämlich, dass im siebten Jahr die Freiheit für den Sklaven, der in Schuldknechtschaft gekommen ist, ausgerufen werden soll. Jetzt wird das nochmal wiederholt, hier dieses Thema mit den sieben Jahren, mit dem Sabbatjahr. Und zwar wird gesagt, sechs Jahre sollst du dein Land besehen und seinen Ertrag einsammeln. Aber im siebten Jahr sollst du es brach liegen lassen und es nicht bestellen oder ruhen lassen. Das ist natürlich eine totale Übertragung des Sabbatsgebots. Sechs Tage sollst du deine Arbeit verrichten, aber am siebten Tag sollst du ruhen. Das ist also eine gleiche Geschichte. Das Land wird von den Arbeitern bearbeitet, ist ein ganzes Jahr lang. Und zwar sechs Tage, dann ein Tag Ruhe. Dann wieder sechs Tage und ein Tag Ruhe. So hat es Gott seinem Volk aufgetragen. Im siebten Jahr aber, und das wird sechs Jahre lang so gemacht, im siebten Jahr wird das Land so gelassen. All das, was dort gepflanzt ist, wächst einfach, wie es wächst. Und das, was an Frucht dabei herauskommt, etwas, was man essen kann, das sollst du nicht einsammeln, sagt Gott. Und Gott hatte ja das Volk Israel das erste Mal mit dem Sabbat bekannt gemacht durch das Manna, was sie eingesammelt haben. Jeden Tag haben sie ihr Essen eingesammelt, morgens. Am sechsten Tag aber haben sie so viel eingesammelt, dass sie etwas aufbewahren konnten. Und Gott sagte, ihr könnt es aufbewahren, sonst konnten sie das nicht aufbewahren. Was sie aufbewahrt haben, war am nächsten Tag schlecht. Aber am sechsten Tag das, was sie aufbewahrt haben, war am nächsten Tag nicht schlecht, sondern sie konnten es essen. Und so hatten sie am sechsten Tag so viel gesammelt, dass sie am siebten Tag tatsächlich nicht losgehen mussten und einsammeln mussten. Das heißt, der Sabbat hat hier die Funktion, die Menschen immer wieder dahin zu führen, zu erkennen, das Volk Israel dahin zu führen, zu erkennen, dass Gott für sie sorgt. Obwohl Gott ja sowieso für sie gesorgt hat, dadurch, dass er das Manna jeden Morgen dahin gestreut hat. Wenn sie darüber nachgedacht hätten, dann hätten sie das auch tatsächlich vor Augen gehabt. Aber dadurch, dass Gott am siebten Tag nichts dahin gestreut hat und es sollte kein Fastentag sein, der Ruhetag sollte kein Fastentag sein, wurde ihnen nochmal deutlich vor Augen geführt, Gott versorgt uns selbst, wenn wir nicht arbeiten. Und jetzt müssen wir uns nochmal vor Augen führen, wie kommt das, wie ist das mit der Erwerbsarbeit, wie ist es mit der Arbeit zum Lebensunterhalt. Gott hat ja am Anfang einen wunderbaren Garten für Adam geschaffen und in diesem Garten gab es so viele verschiedene Fruchtbäume und was Adam nur machen musste und Eva war einfach durch den Garten gehen und sich hier was pflücken und da was pflücken und den Mund schieben. Die mussten nicht schwitzen. sie konnten den Garten bebauchen, ja sie konnten darin arbeiten aus Freude, um ihren, um die Ebenbildlichkeit Gottes auszuleben, nämlich schöpferisch tätig zu sein, gestalterisch tätig zu sein. Aber was sie nicht mussten, das was wir müssen, im Schweiße deines Angesichts musst du dein Brot verdienen. Du musst richtig reinklotzen, richtig ackern, um was irgendwie auf deinem Bankkonto zu haben, damit du dann auch einkaufen kannst und was essen kannst. Genau und du hast mit vielen Hindernissen zu kämpfen. Und so ist dieser siebte Tag tatsächlich ein Tag, der die Israeliten geschenkt ist, ein Geschenk von Gott, so haben sie das immer, so sehen sie das bis heute, ein Geschenk von Gott, der nämlich an den Garten Eden erinnert, nicht nur an die Schöpfung, sondern auch an den Garten Eden, der erinnert daran, dass Gott unser Schöpfer ist und unser Versorger, der uns Leben gegeben hat, der uns liebt, der uns nicht geschaffen hat, uns tot zu arbeiten, sondern der uns geschaffen hat dazu, dass wir das Leben genießen dürfen. Und gleichzeitig ist der Sabbat ein Tag, der auf die Zukunft hinweist, der ein typologisch sozusagen ein Versprechen auf die Zukunft ist, eine Prophezeiung. Und hier wird es nochmal betont in dieser Auslegung, wie gesagt, es geht um den Schutz der Schwachen. Hier wird gesagt, sechs Tage sollst du deine Arbeit verrichten, aber am siebten Tag sollst du ruhen, damit dein Rind und dein Esel ausruhen. Also du sollst aufhören zu arbeiten, damit dein Esel und dein Rind auch mal eine Pause haben. Gott geht es gar nicht um mich, Gott geht es um meinen Rind und meinen Esel, dass die mal eine Pause haben und der Sohn deiner Magd und der Fremde Atem schöpfen. Also Gott geht es hier gar nicht um mich oder um den Einzelnen, sondern um diejenigen, die unter diesem Einzelnen stehen. Und wenn der obere sagt, jetzt wird gearbeitet und setzt sich hin und sagt, macht mal eure Arbeit und ich kassiere die Kohle, wie das so ist in dieser Welt. Nein, ist natürlich nicht immer so. Auch die Chefs haben meistens sehr viel zu tun und sehr viel Schweiß zu vergießen. Aber wenn du da so einen Workaholic hast, so einen Workaholic Chef, der den Standard setzt, einmal Arbeit, immer Arbeit, ständig im Einsatz, immer für die Firma, immer für die Firma, immer für die Firma. Und so ist es leider Gottes auch vielfach in dieser Welt heute. Willst du bei uns arbeiten? Du musst dich mit Haut und Haar unserer Firma verschreiben. Das sagen die meistens nicht so. Aber sie versuchen, sie versuchen, so weit es geht, dich dazu zu bringen, genau das zu machen, dich voll und ganz in den Dienst der Firma zu stellen, mit deinem ganzen Leben. Und dann reicht es eben nicht, sechs Tage Arbeit am siebten Tag Ruhetag. Gott sei Dank, wir haben immer noch eine Gesetzgebung, die tatsächlich einen gesetzlichen Ruhetag vorschreibt, wo dann tatsächlich auch Stillstand ist. Aber es gibt viele Bestrebungen, viele Bestrebungen dazu, das abzuschaffen. Das ist ein Dorn im Auge. Mann, ein Siebentel unserer Produktivität geht dadurch flöten. Und ja, wir können das dann ja so machen, gut, die Menschen brauchen mal ihre Pause, okay, dann gönnen wir ihnen dann schichtweise abwechselnd so ihre Pause, aber der Betrieb brummt die ganze Zeit durch. Aber das funktioniert so nicht. Und am Ende wird dann eine Gesellschaft total auseinandergerissen. Wir kommen nicht mehr dann zusammen als Geschwister. Und wie sehr uns das belastet auch, hat uns ja auch die Corona-Zeit gezeigt, wie schwer das ist, wie schwierig das ist, wie sehr wir uns entfremden, obwohl wir versucht haben, als Gemeinde dran zu bleiben, miteinander weiter zu gehen. Aber der Zusammenhalt hat doch gelitten. Wir müssen dran arbeiten, wir müssen uns dran hängen, dass wir dranbleiben aneinander, dass wir zusammenkommen. Und dazu haben wir die Möglichkeit, einmal in der Woche das zu tun, um Gott zu loben, um ihn zu preisen. Ja, aber auch dann, und hier geht es ja um den Ruhetag, tatsächlich abzulassen von unserem alltäglichen Getriebe, von unserem alltäglichen Getriebensein, von dieser Sklaverei unter der Herrschaft der Sünde. Das ist es letztendlich. Wir sind geplagte, gestresste, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Und Gott schenkt diesen Ruhetag seinem Volk Israel als Zeichen für den Sabbat, der sich erfüllt in Jesus Christus, wo du Atem schöpfen kannst. Gerade wenn du Sklave bist, gerade wenn du Fremder bist, sollst du Atem schöpfen können. In Christus darfst du Atem schöpfen. Und das sollte es sein. Wisst ihr, das sollten wir, wir sind der Leib Christi, wir sollten Menschen Sabbat vermitteln. Menschen sollten Atem schöpfen können in unserer Gegenwart. Durch die Liebe, die wir Menschen vermitteln, die Liebe des Christus, der Mensch gewordene Sabbat, wenn du so willst, den Sabbat zu vermitteln durch Christus in uns, an die Menschen, die so geplagt und gebeutelt sind, dass sie zur Ruhe kommen können. Dass sie ausruhen können. Ja, selbst die Tiere. Gott kümmert sich auch um seine Tierchen. Sowohl beim Sabbat als auch davor beim Sabbatjahr. Und das mit dem Land ist doch auch spannend. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass im Garten Eden sowas wie ein Sabbatjahr von Nöten gewesen wäre. Aber was ist die wissenschaftliche Erkenntnis, wenn du ein Stück Acker bearbeitest und da Sachen drauf pflanzt und jedes Jahr und jedes Jahr, du kriegst immer schlechtere Erträge. Das Land wird müde. Sogar das Land wird müde. Es wird ausgesogen. Da fehlt die Fülle, die immerwährende Erneuerung. Da ist irgendwas durcheinander geraten. Auch unsere Monokulturen tragen natürlich dazu bei. Und dadurch haben sich auch andere Systeme entwickelt, wie du verschiedene Pflanzen im Jahreswechsel auf einem Stück Land drauf packst. Das ist ein bisschen gleichmäßiger der Boden belastet ist. Aber Gottes Lösung war dazu, dem Volk zu sagen, mach es doch so wie beim Sabbat. Übertrag das mal auf das Land. Und das Land braucht alle sieben Jahre so eine Ruhezeit. Und ja, er sagt damit wieder, damit, weswegen, für den Armen. Der soll was davon haben. Der soll davon essen dürfen. Aber auch die Tierchen, Eichhörnchen und Fuchs und die Tiere des Feldes, die sollen auch was davon haben. Igel. Oder keine Ahnung, was für Tierchen gibt es da noch. Ja, genau, euch fallen noch ganz viele ein. Ich werde sie hier aber nicht vormachen. Das kannst du dir überlegen. Es ist auf jeden Fall eine wunderbare Sache, die Gott hier seinem folgt. Und dann sagt, er hat Acht auf euch in allem, was ich euch gesagt habe. Was für ein tolles Wort. Es gibt heute so ein Schlagwort, was durch alle Munde geht, immer Achtsamkeit. dieses Wort, das geistert umher und es kommt nicht oder sein Ursprung, da wo es heute verwendet wird, der Ursprung kommt eigentlich aus dem Buddhismus. Hier geht es aber nicht um ein buddhistisches Konzept. Es geht nicht darum, achtsam mit sich selbst umzugehen, dass man sich immer wohl befindet, wohlfühlt, auf sein Inneres hört, die innere Stimme oder was auch immer, sondern es geht darum, auf Gott zu hören, auf Gottes Wort. Achtsam sein in Bezug auf Gottes Wort, auf Gottes Licht, was er uns gegeben hat. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Darauf zu achten, wo ist das Licht, wo leitet mich Gottes Licht hinein? Und dass Gott sagen muss, sechs Tage sollst du arbeiten, aber am siebten Tag sollst du ruhen. Wie gesagt, das eine ist, manche müssen diese Aufforderung hören, hey, du musst mal sechs Tage arbeiten. Aber es gibt auch eine Menge Leute, die das hören müssen, hey, du musst am siebten Tag dann aber auch mal ruhen. und atemschöpfen. Nicht achte auf dich selbst ist die Devise, sondern achte auf Gott, der auf dich achtet. Wir sollten als Christen nicht in diesen Flow verfallen, dieser Welt, die als Ratschläge gerne parat hat, wenn irgendwer gestresst ist und hey, du musst mal was für dich tun. Nein, achte, höre auf Gott und folge seinen Geboten und seinen Wegweisungen und er tut etwas für dich. Lass dir von Gott etwas schenken, nicht beschenk dich selber. Wir leben nicht unter dieser Devise. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Nein, wir glauben an den Gott, der für uns sorgt, der für uns ist, der sich für uns hingibt, der gute Wegweisungen für unser Leben hat, wo wir nicht krank und kaputt werden. Gott macht uns nicht fertig und er schenkt seinem Volk Israel den Sabbat. Er schenkt ihnen das Sabbatjahr. damit insbesondere die schwachen Atem schöpfen können, die, die ausgelaugt sind, die, die immer, die so hart arbeiten müssen. Habt Acht auf euch in allem, heißt, hab Acht auf deinen Nächsten in diesem Fall. Hab Acht darauf, dass du nicht zum Unterdrücker wirst, zum Sklaventreiber und zum Pharao. Und dann sagt er, den Namen anderer Götter aber dürft ihr nicht bekennen, er soll in deinem Mund nicht gehört werden. Lass uns dazu mal Matthäus 6 aufschlagen. Vers 24 Matthäus 6 Vers 24 Da steht, Niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Werder, was ist der Mammon? Der Besitz, das Vermögen, der Reichtum? Was führt Menschen dazu, den Sabbat wegzuschmeißen? Mammon. Deswegen sagt Gott an dieser Stelle, den Namen anderer Götter sollt ihr nicht nennen. In Bezug auf das Sabbatjahr und den Sabbat. Lass das nicht zu, dass Mammon dich dazu bringt, diese guten Gedanken Gottes, der Ruhe, dieses Geschenk der Ruhe, mitten in diesem Leben, wo du dich abmühen musst und im Schweiße deines Angesichts gegen alle Dornen und Dieseln dein Leben verdingen musst, schenkt Gott dir eine Zeit der Ruhe. Lass es nicht zu, dass der Mammon dir diese Ruhe stiehlt und dir weiß macht, nee, 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 das kannst du dir nicht leisten. Und Jesus spricht über die Sorge. Es ist nicht nur die Begierde nach Reichtum, manchmal ist es einfach auch die Sorge. Nein, wenn ich das jetzt nicht mache, wenn ich mich jetzt nicht schufte, dann werde ich am Ende nichts haben. Das ist das Thema, was Gott mit Israel bearbeitet hat, beim Manna. Nein, du wirst genug haben am siebten Tag. und dazu ermutige ich immer und immer wieder, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du so gestresst bist, so unter Druck bist, sei es mit der Arbeit oder sei es mit dem Studium oder sei es mit der Schule oder was auch immer und die Arbeit, du musst am Montag die Arbeit schreiben oder die Klausur steht an oder irgendein wichtiges Projekt muss abgeschlossen werden. Ehre Gott dadurch, dass du ihm vertraust und dir Zeit der Ruhe nimmst, wo dein Handy ausmachst, wo du dich Gott zuwendest, wo du in Gottesdienst gehst, wo du raus gehst in die Natur, wo du dir Zeit zum Gebet nimmst, wo du deine Bibel hervorkramst, wo du deine Gitarre in die Hand nimmst und ein Loblied singst. Wir brauchen das umso mehr heute, wo wir ständig bestürmt werden, mit allem möglichen, nicht nur Arbeit, sondern Freizeit ist ja auch Stress nur noch. Und es gibt so viele unter uns, die ständig unter diesem Druck leben, ich habe die Angst, was zu verpassen. Wir verpassen nichts. Gott beschenkt uns, er beschenkt uns mit Ruhe und das neu zu lernen und neu zu genießen, wo wir so geprägt sind von diesem das ist echt eine Herausforderung. Und deswegen heißt dieses Hab Acht auf dich selbst nicht Achtsamkeit in so buddhistischem Sinne, sondern es bedeutet nimm Gott ernst, nimm sein Wort ernst, vertrau ihm, dass er dir das gibt, was du brauchst, folge seinen Geboten, weil sie gut sind, weil sie Leben sind, Segen sind und gerade der Sabbat, wie gesagt, indem, dass er zurückschaut auf den Garten Eden, auf das, was Gott am Anfang gemacht hat, das Gute und das, was er schaffen wird am Ende und was sich erfüllt in Jesus Christus, was in besonderer Weise in Jesus sich offenbart, dahin sollten wir gehen. In ihm finden wir diese Ruhe und in dieser Ruhe können wir auch anderen Ruhe vermitteln. Wir gehen hier weiter in Vers 14 von Kapitel 23 Dreimal im Jahr sollst du mir ein Fest feiern. Jetzt geht es um Feste. Nicht nur einmal im Jahr Geburtstag feiern. Dreimal im Jahr Weihnachten, Ostern, Geburtstag oder was? Gott sagt ganz genau dem Volk Israel, welche Feste sie feiern sollen. Das Fest der ungesäuerten Brote sollst du halten. Sieben Tage sollst du ungesäuerte Brot essen, wie ich dir geboten habe, zur festgesetzten Zeit im Monat Abib, denn in diesem bist du aus Ägypten gezogen und man soll nicht mit leeren Händen vor mein Angesicht erscheinen. Hier erinnert er noch mal an das Fest der ungesäuerten Brote hatten wir in Kapitel 13 schon bezogen auf den Auszug aus Ägypten. Damit verbunden das ungesäuerte, was als Bild steht für das reine. Ihr sollt mir ein ungesäuertes Brot sein, ein reines Brot. Die Sünde ist das, was den Brotteig wie Sauerteig durchsäuert. Bosheit üble Dinge, die hineinkommen in diesen reinen Teig. Nein, ihr sollt allen Sauerteig ausfegen und sollt sieben Tage dieses ungesäuerte Brot essen als Zeichen, als Erinnerung dafür. Ich habe euch aus Ägypten erlöst. Ihr seid mein Volk. Ich bin euer heiliger Gott und ihr sollt mein heiliges Volk sein. Dazu habe ich euch errettet. Das ist das erste Fest, was sie feiern. Das ist natürlich im Monat Abib am Anfang des geistlichen Jahres, des religiösen Jahres, ist in der Frühlingszeit, das ist verbunden mit dem Passerfest, was hier jetzt nicht erwähnt wird an dieser Stelle. Dann geht es weiter in Vers 16 ferner das Fest der Ernte, der Erstlinge vom Ertrag deiner Arbeit dessen, was du auf dem Feld deinen Arbeitsertrag vom Feld einsammelst. Also den Anfang der Ernte und das Ende der Ernte soll gefeiert werden. Das Anfang der Ernte ist Pfingsten, das Wochenfest und das Ende der Ernte ist dann im siebten Monat, im Herbst, ist das, was wir jetzt im Grunde auch haben, Erntedankfest kennen wir. Das ist ein Stück weit das, was hier genannt ist. Am Ende der Ernte, am Anfang der Ernte, das Erste und Beste, was Gott uns geschenkt hat, schenken wir ihm zurück und am Ende der Ernte, da geben wir Gott Lob und Dank nochmal dafür, dass er uns diese ganze Ernte geschenkt hat. Und das erste Fest, das Passafest, das Lamm, was geopfert wird, zur Vergebung unserer Sünder, was uns erlöst. Dreimal im Jahr soll alles unter euch, was männlich ist, vor dem Angesicht des Herrn, Herrn erscheinen. Also dreimal sollen sie gemeinsam vor Gott kommen. Ein Fest für Israel war immer ein Fest vor Gott, für Gott, in Anbetung, in Lobpreis. Wisst ihr, da ging es nicht um mich. bei meinem Geburtstag, da werde ich gefeiert. Anstattdessen könnte ich genauso gut Gott feiern, der ja mich geschaffen hat. Vor dem Angesicht des Herrn erscheinen. Geschwister, das sollte viel mehr Raum in unserem Leben haben, auch in unseren Festen sollte Gott im Mittelpunkt stehen. Und es sollte nichts Komisches oder Merkwürdiges sein, dass wir beten bei Festen, dass wir Lob singen bei Festen. Sondern das ist Ausdruck unseres Lebens mit Gott. Und wenn andere das komisch finden, dann ist das ihr Problem. Weil sie keine Beziehung zu Gott haben. Weil sie Gott nicht kennen. Aber für uns sollte immer ein Fest sein, dass Gott in der Mitte ist. Und ich finde das schön, wenn wir uns sonntags treffen, wenn wir Gottesdienst feiern auch heute Abend, dann feiern wir mit Gott in der Mitte vor seinem Angesicht. Wir kommen zu ihm und feiern in seiner Gegenwart. Und man soll nicht mit leeren Händen vor meinem Angesicht erscheinen. Was heißt das? Gott wollte, dass sie nicht einfach nur so kommen, sondern dass sie etwas mitbringen. Was können sie denn mitbringen? Was können wir vor Gott bringen? haben wir irgendwas was wir ihm bringen können? Gott sagt ich habe dir etwas gegeben und davon kannst du etwas geben. Das ist der zehnte. Gott hat das Volk mit etwas beschenkt. Sie haben ein Einkommen gehabt und davon sollten sie Gott etwas bringen, wenn sie vor sein Angesicht kommen. Sie sollten ein Dank Opfer bringen. Etwas von dem was Gott ihnen geschenkt hat, sollten sie ihm zurückgeben als Zeichen des Dankes. Und deswegen spricht im Neuen Testament sagt uns Gott das ist ein Opfer wenn du Gott lobst, wenn du ihm dankst. Dein Dankgebet, dein Lobgebet, deine Anbetung, das ist etwas was du bringen kannst. Wir haben nichts von uns was wir Gott geben können und er will das auch gar er will letztendlich nur dass wir das bringen was er uns gegeben hat. Dass die Liebe fließt, die Liebe, die er uns geschenkt hat, dass sie zurück fließt zu ihm. So sollen wir nicht mit leeren Händen kommen. Und so kommen wir auch heute Abend nicht mit leeren Händen Geschwister weil Gott hat sich selbst für uns hingegeben und das hat in uns etwas bewegt es hat unser Herz erreicht Jesus hat sich für uns hingegeben er hat sein Leib brechen lassen für uns er hat sein Blut vergossen zur Vergebung unserer Sünden und Paulus sagt uns was was das ist was wir dann bringen Römer 12 ich ermahne euch nun Brüder durch die Erbarmung Gottes eure Leiber darzustellen darzubringen als ein lebendiges heiliges gottwohlgefälliges Opfer was euer vernünftiger Gottes Dienst ist Jesus sagt es selber in Psalm 40 steht es in Hebräer wird es zitiert und wird gedeutet auf Jesus dass Jesus derjenige ist der Christus der das betet David als der Vorläufer des Christus betet das Schlachtopfer willst du nicht Gott aber du hast mir ein Leib gegeben dein Willen will ich tun und das ist das was was Jesus der Sohn Gottes gelebt hat er war gehorsam und bereit Mensch zu werden und er hat das als Privileg obwohl es für ihn schwer war weil es ein Leib war der gelitten hat unter den Auswirkungen unserer Sündhaftigkeit ein vergänglicher Leib und dennoch als Mensch war er auch dankbar für diesen Leib warum weil er mit diesem Leib Gott verherrlichen konnte seinen Vater weil er diesen Leib hingeben konnte Am Kreuz am Kreuz von Golgatha um uns zu erlösen er war dankbar für diesen Leib trotz Schmerzen trotz allem Elend was er erlebt und erlitten hat war er dankbar für sein Leib weil das etwas war was er von Gott empfangen hatte und was er ihm geben konnte um ihn zu verherrlichen und so ist es für uns auch Geschwister Gott hat uns Paulus sagt es in 1. Korinther 6 1. Korinther 6 Vers 19 wisst ihr nicht dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört denn ihr seid um einen Preis erkauft worden verherrlicht nun Gott mit eurem Leib Gott hat mir einen Leib geschenkt und noch mehr hat diesen Leib zur Wohnung seines Geistes gemacht und nun bin ich aufgefordert bin ich gerufen mit diesem Leib den Gott mir gegeben mit diesem Leben mit diesem begrenzten paar Jahren die ich hier auf dieser Erde habe ihn zu verherrlichen und Jesus hat sich darüber gefreut und der Heilige Geist in dir freut sich darüber Gott ich darf ich kann dich anbeten durch mein Leben ich kann dir wohlgefällig sein ich kann dir eine Freude sein was für ein Geschenk Gott ich bin nicht mehr nur ein Elend ein Gräuel in deinen Augen sondern du hast mich gereinigt sodass ich dich jetzt verherrlichen kann durch mein Leben was für ein Geschenk so wollen wir dieses Fest feiern und das ist das Fest was Jesus uns aufgetragen hat zu feiern feiert feiert dieses Fest feiert das Abendmahl das wollen wir jetzt machen Amen Amen